Alle hier Anwesenden! Stehen mit einer riesigen Schuldensumme am Abgrund. Bitte lassen Sie uns jetzt wissen, wenn Sie nicht teilnehmen möchten. Rotes Licht, grünes Licht. Das Spiel, das wir als Kinder gespielt haben? Ihr habt Leute getötet. Auf den Gewinner aller sechs Spiele wartet ein großes Preisgeld. Nicht schlafen, verstanden? Halte dich an die Sterbsten. Das ist dein einziger Ausweg. Die Regeln von Kinderspielen sind einfach. Ich verhelfe dir zum Sieg. Wie denn? Mit allem, was nötig ist. Das darf doch nicht wahr sein! Man darf einen Menschen doch nicht einfach so umbringen! Spieler, die die Teilnahme verweigern, werden disqualifiziert. Die Qualifizierung sind einfach so umbringen. Die Karte